Nachdenkseiten Die kritische Website Mehr ist weniger Der Mindestlohn wird zweimal aufgeschrumpft Ein Kommentar von Ralf Wurzbacher Der Mindestlohn wird angehoben Von 12 Euro auf 12,41 Euro Später auf 12,82 Euro Die zuständige Kommission hat dies mit der Mehrheit der Arbeitgeber gegen den Widerstand der Beschäftigtenvertreter durchgesetzt Ein einmaliger Vorgang Die Gewerkschaften beklagen eine kümmerliche Zugabe und rechnen mit enormen Reallohnverlusten Bundesarbeitsminister Heil will die Empfehlung trotzdem umsetzen Nichts anderes war zu erwarten Der Berg kreiste Geschrieben mit scharfem S Und gebar eine Maus Beziehungsweise zwei Mäuschen Nach langen bis in die Nacht auf Montag reichenden Verhandlungen hat die Mindestlohnkommission eine Anhebung der gesetzlichen Lohnuntergrenze in zwei Schritten beschlossen Zum 1. Januar 2024 soll diese von aktuell 12 Euro auf 12,41 Euro angehoben werden Stufe 2 zündet dann zum Jahresanfang 2025 und beschert noch einmal 41 Cent Womit pro geleistete Arbeitsstunde 12,82 Euro fällig wären Ein schlechter Scherz befand Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Und das ist noch ein mildes Urteil Für Millionen Geringverdiener in Deutschland ist der Endentscheid ein Schlag in die Magengrube Und eine enttäuschte Hoffnung mehr nach etlichen Monaten im finanziellen Dauernotstand Im Vorfeld waren Hausnummern in der Größenordnung von 14 Euro und mehr diskutiert worden Und nicht wenige mögen sich einen zweiten Doppelwumms versprochen haben Geworden ist's Ein Doppelplums Wobei schon der Doppelwumms der Sorte Olaf Scholz rückblickend bestenfalls ein beschränkter Segen war für den kleinen Mann Dem seine Sozialdemokratie angeblich so am Herzen liegt Für die einfachen Verbraucher bremsten die Energiepreisbremsen die Preise zwischenzeitlich auf hohem Niveau 40 Cent pro Kilowattstunde beim Strom 12 Cent pro Kilowattstunde beim Gas Und sie halten die Kosten trotz drastisch gefallener Marktpreise offenbar künstlich oben Weshalb das Kartellamt dutzende Versorger wegen Missbrauchs von Staatshilfen überprüft Die Industrie dagegen profitiert längst wieder von sinkenden Preisen Und war mit den Bremsen beim Strom 13 Cent, beim Gas 7 Cent auch deutlich besser bedient Die Wirtschaft macht eben stets den besseren Schnitt In Normal- und in Krisenzeiten Mehr ist weniger Als schlimmen Ausrutsche haben die Kapitallobbyisten die Aufstockung des Mindestlohnes von 10,45 Euro auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022 empfunden Ausnahmsweise hatte nicht die mit den Tarifpartnern besetzte Mindestlohnkommission den Satz festgelegt Sondern die Bundesregierung qua Gesetz Die Zielgröße steht so im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien Auf maßgebliches Betreiben der SPD sollte der Mindestlohn auf diesem Wege armutsfest gemacht werden Allerdings war der Ampelkontrakt am Tag der Umsetzung schon 10 Monate alt Und damit längst von der Zeit mit einer gewaltigen Energie- und Inflationskrise überholt 12 Euro Stunden Lohn waren vielleicht vor dem Ukraine-Krieg halbwegs angemessen Angesichts der beispiellosen und bis heute anhaltenden Teuerung kam die Zugabe aber nicht nur mit monatelanger Verspätung Sondern hat sich in ihrer Wertigkeit schon wieder umgehend verflüchtigt So zu tun, als hätte die Politik das Füllhorn über den Menschen ausgeschüttet, ist ein Akt der Täuschung Schätzungsweise 5,8 Millionen Niedriglöhner haben von der Maßnahme profitiert Wie das Statistische Bundesamt errechnet hat Womit fast 15 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse zuvor unterhalb der 12-Euro-Marke lagen Der erklärte Anspruch, im unteren Einkommensspektrum armutsfeste Löhne zu schaffen Und massenhaft Werktätige über die Armutsschwelle zu hieven, wurde dagegen nicht eingelöst Das allein mit dem Ukraine-Krieg und seinen Folgen zu begründen, greift deutlich zu kurz Und wäre die Sache so einfach, ließe sich bei vorhandenem politischen Willen mit einem erneuten gesetzgeberischen Eingriff reagieren Dass sich Gesetze dieser Tage im Schweinsgalopp durchdrücken lassen, hat die Koalition ja wiederholt bewiesen Aber der politische Wille fehlt Vielmehr hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD bereits klargestellt Die Empfehlung der Kommission per Verordnung umzusetzen Täte er es nicht, gäbe es gar keine Erhöhung, behauptet er Was angesichts der Inflationsentwicklung nicht verantwortbar sei Freut euch gefälligst Also sollen sich die Leidtragenden über den nominellen Zuschlag der laut Deutschen Gewerkschaftsbund DGB Einen enormen Reallohnverlust bedeutet, gefälligst freuen Auf dem Papier beläuft sich die Steigerung für 2024 auf magere 3,4 Prozent Im zweiten Jahr sind es sogar nur 3,3 Prozent, teilte der DGB mit Derweil sinkt die Inflationsrate nur mäßig und beträgt aktuell immer noch über 6 Prozent Übers ganze Jahr 2023 rechnen Experten mit einer Rate von 5,8 Prozent Und was das nächste Jahr bringt, steht in den Sternen Dabei belastet die Teuerung über die Maßen Haushalte mit geringem Einkommen Weil ein Großteil ihres Geldes in die Finanzierung von Energie und Lebensmitteln fließt Nach einer Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung betrug für sie die Inflationsrate im Mai 6,9 Prozent Gegenüber 6,1 Prozent in der Gesamtsicht Es sei beschämend, dass die Arbeitgeber in dieser Situation mit den höchsten Teuerungsraten Gerade bei den finanziell schwächsten des Arbeitsmarktes sparen wollen Moniert DGB-Vorstand Stefan Körzell Er selbst sitzt als einer von den drei Beschäftigungsvertretern am Kommissionstisch Und hatte für einen Wert von mindestens 13,50 Euro gefochten Der Sozialverband Deutschland plädierte schon im Frühjahr für einen Satz von 14,13 Euro Während die Partei Die Linke 14 Euro forderte Dass daraus nichts wurde, ist einem einmaligen Vorgang geschuldet Erstmals hat das Gremium nicht einvernehmlich entschieden Sondern mit der Mehrheit aus Arbeitgeberdelegation, die drei Sätze innehaben Und der Kommissionsvorsitzenden Christiane Schönefeld von der Bundesagentur für Arbeit Wie das Handelsblatt schrieb, hätten die Gewerkschaften einen Kompromissvorschlag von 12,94 Euro ab 2025 zurückgewiesen Und sich damit verzockt Für einen entgangenen Obolus von 2 mal 6 Cent dem DGB den Schwarzen Peter zuschieben zu wollen Zeugt von einiger Verschlagenheit Körzell hingegen sagte Für eine Anpassung lediglich im Centbereich konnten wir auf keinen Fall unsere Hand reichen Erhellend auch Die Arbeitgeberseite hat nicht etwa die geltenden 12 Euro Sondern die bis 30. September 2022 gezahlten 10,45 Euro zur Verhandlungsbasis gemacht Was der DGB-Mann vollkommen aberwitzig nannte Armutsrepublik Deutschland Was folgt aus dem Beschluss? Die Armut in Deutschland erreicht in jedem Jahr neue Rekorde Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes galten im Vorjahr 14,7 Prozent der Bevölkerung als armutsgefährdet Waren also faktisch arm Fast 21 Prozent waren von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht In der Hauptstadt Berlin trifft dies bereits auf jedes vierte Kind zu Wachsende soziale Ungleichheit und die zunehmende Spaltung in Arm und Reich erachten inzwischen sogar wirtschaftsliberale Ökonomen als gravierende Probleme mit erheblicher gesellschaftlicher Sprengkraft Während dieser Tage in vielen Branchen recht beachtliche Tarifsteigerungen durchgesetzt werden Die die Verluste durch die Inflation wenigstens annähernd kompensieren Wird das Heer der Niedriglöhner mit ihren Familien und Kindern noch weiter abgehängt und ihre Lage noch prekärer Von ihrem Sprung auf 12 Euro konnten und können sie sich buchstäblich nichts kaufen Geschweige denn eine auskömmliche Altersversorgung aufbauen Mit 41 Cent mehr pro Stunde ab nächsten Januar wird ihre Situation nicht besser Das Tempo ihres Kaufkraftverlustes wird sich allenfalls verlangsamen Dabei täte der deutschen Wirtschaft eine stärkere Nachfrage gut Und gerade jene, die wenig zum Leben haben, geben das wenige auch aus, statt es auf die hohe Kante zu legen Die Erfahrung lehrt, dass höhere Löhne immer auch als Konjunkturmotor wirken und eben nicht als Jobkiller Folglich hat sich auch das Schreckgespenst von massenhaft wegfallenden Arbeitsplätzen Das die Wirtschaftsverbände bei der Einführung des Mindestlohns vor über acht Jahren an die Wand gemalt hatten Rückblickend als Panikmache erwiesen Von einer dadurch ausgelösten Entlassungswelle war weit und breit keine Spur, im Gegenteil Der Anteil der Niedriglohnempfänger, die weniger als 12,50 Euro verdienen Ist zwischen 2018 und 2022 sogar zurückgegangen, von 21 auf 19 Prozent Das könnte auf einen Zusammenhang zwischen besseren Löhnen und besseren Aufstiegschancen hinweisen Gute Löhne sind ein Ausdruck von Respekt, hatte Olaf Scholz im Herbst aus Anlass des auf 12 Euro erhöhten Mindestlohns verkündet Wie ernst ist ihm das wirklich? Die Vize-Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, Susanne Ferschl, hat am Montag auf das Unterlassen der Bundesregierung hingewiesen Eine Vorgabe der Europäischen Union zum Gesetz zu machen Demnach müssten eigentlich 60 Prozent des mittleren Einkommens eines EU-Mitgliedstaates Die Untergrenze des jeweiligen Mindestlohnes markieren Das entspreche wenigstens 13,50 Euro, erläutert Ferschl in einer Medienmitteilung Bei dieser Bemessungsgrundlage wäre freilich die Zahl der Geringverdiener in Deutschland sehr viel größer Und läge bei 11,2 Millionen oder 27 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse Wer will denn sowas? Die Ampel jedenfalls nicht und schaltet lieber auf rot Respekt für so viel Schamlosigkeit Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de Oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte